Den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Den Raum sicher. Schutzplatten werden eingesetzt. Herzlich willkommen zu meinem Bad M60 hier am Comic-Kanal. Äh, ich weiß nicht ob ich mit der Antwort aber nicht, aber ich mach's ihm halt. Voll raus, hallo Marcel. Daniel hatte die ja jemals geklaut gehabt. Ja eben, deswegen. Ich hab's dann mittendrin reingeschrochen. Ja, wow, das macht's jetzt nicht besser. Ja. Was hast du, Junge? Ich mach die Luke. Ne, ich mach die. Ich hab extra meine Reinforcements. Nicht eingesetzt. Das ist doch Quatsch jetzt als Doc. Na, ich hab ja weniger zu tun als ein Jäger. Ach, eigentlich ist gut. Das ist nicht so tragisch. Das ist null tragisch. Warum auch immer. Ich hab hier Reinforced und hier ist die Kamera. Warum auch immer. Dass die das auch nicht fixen, ne? Also, ist das jetzt mega unlogisch jetzt wirklich oder war das jetzt? Das ist mega unlogisch. Die Kamera war echt zwei Meter von der Wand weg. Okay. Weil ich pass da nur mittlerweile drauf auf. Ja, ja. Ich bin in Valkyrie schon ein bisschen länger. Na ja, natürlich. Das ist ja gleich wie mit euch. Ohne. Sonst mach mal die Lichteffekte aus. Das bringt mega Frames und die brauchst du eh nicht. Ach gut. Die Finn Frames. Ich hör Buckiges. Ja, Buckes, äh, da. Da. Ich kann grad nicht, äh, mit viel reden. Okay. Oh, hallo. Schön. Ich hab grad in dem Moment, wo Cooper umgefallen ist, die markiert. Daniel, sind die am Fenster bei dir? Ja. Noch mehr? Weiß ich nicht genau. Twitch könnt ihr da noch sein. Die fährt mit ihrer fucking Drohne durch die Gegend. Vom Raum ist keiner. Quasi wirklich. Im, im Schlitz ist ne Drohne drin, Daniel. Daniel, Twitch ist tot. Joa, kann man trotzdem mal zumachen. Ja, natürlich. Oh, einer ist oben. Buck ist ganz oben. Geht gerade hoch. Der könnte nicht irgendwo kommen? Ne, könnte nicht, die sind reinforced. Ach so. Aber der könnte am Fenster halt wieder kommen. Da ist keiner Cooper um die Ecke. Treppe kann ich nicht ganz einsehen. Aber links kann ich auch nicht ganz ein, also rechts von dir kann ich nicht ganz einsehen. Links der Flur, der lange Gang neben der Treppe ist Fai. Und ja, Buck war ganz oben. Und ja, Buck war ganz oben. Hier rechts irgendwie. Ja, die haben mir gefetschert. Dann sind die beide hinten, Kopa. Dann sind die beide da. Buck ist da dann auch. Andere hinten. Ich glaube andere Seite, oder? Ja, die haben andere Seite gefetschert. Ja, stimmt. Ich will kurz die vier Protonieren. Hast du gerade da drauf gelaufen? Ne, ich bin rausgeflogen. Ja, das ist mir die Seite drauf gelaufen. Küsst. Richtig war es hier. Hab ich auch gemacht gegen Twitch. Richtig Assis. Haben wir mal gepogert und die davor stehen, dann sind die wahrscheinlich da draußen. Voll die Hicks, Bernie. Ja, echt so. Rauspring, mega Hicks. Was heißt hängen? Dann liegt's wahrscheinlich an OBS selbst. Ich hab schon ein OBS-Standbild. Ich sehe noch meinen Charakterauswahl. Bei drei Minuten acht bleibt's stehen. Dann wechseln wir gleich mal. Oh, nur gut. CPU-Auslastung durch... Na, dann muss der wirklich mal versuchen auf Studio zu gehen. Studio kannst auch... Oder du machst gleich eben... Äh, ich hab noch ne Idee was du gleich machen kannst eben. Machen wir gleich mal eben kurz. Den Standort des Bio-Gefahrgutbehälters finden. Ja, das mit dem Fast and Very Fast und so meinst du da, ne? Ja, die Einstellung. Müsste ich aber eigentlich nur bei meinem Stream-Profil umgestellt haben. Hatte ich aber auch schon mal viel aufhören, ne? Äh, vielleicht eventuell Küche. Küche könnte... Ja, scheint... Ja, Küche. Die hat meine Twitch-Strone-Institle-Katy-Frost, ey. Die macht hier Try-Hard, ey. Der Solty Matthew... Oder die Solty Matthew, die macht richtig Try-Hard. Küche. Equipment, sie ist nicht weg. Hi! Noch 10 Sekunden. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Die-AC Dein оказien nicht mehr. Onda-da-da-da. Da hat einer schon, bekommt von denen... Ok. Da kommt die waarvera die Treppe hoch! Ihr hinter ist ein Mirror-Fenster-jung... ob zu... geradezu okay ist das reinforce oder ist das und das rief schön im Casino kann ich rein ja ich sehe sie nicht, die könnte aber immer noch unten warten die Ebene ist jetzt erst mal leer und ich bin drin ja das ist nicht reinforced unten aber hier die Lupe ist reinforced die Tür unten wo das Merafenster ist ist nicht reinforced die hat mich abgeschossen da Vorsicht, da unten ist gefährlich nein die schießt über die Reinforcement Frost schießt über die Reinforcement da hinten irgendwo Mera ist in den kleinen Raum gerannt wir sind alle am Einfleck Frost muss irgendwo da oben drauf hocken da hinten die muss da irgendwo drauf nein nicht da runter ich hab doch gesagt die schießt da sonst wäre ich da nicht weggegangen ich versuche die da mal runter zu holen muss man zuhören die ballert über die Reinforcement die muss doch in den kleinen Raum gerannt ne nicht über die Reinforcement du kannst einfach draufballern ja hab ich schon ich hab das alles da das hab ich alles kaputt geschossen was da unten kaputt ist ich hab halt nur noch vier Leben die sind beide da hinten die sind beide da hinten oder Mera zumindest irgendwo da hinten da hinten ja hier im Raum ist eine da im Raum ist eine ok mach du den Raum aber nicht wir bewegen uns nicht ok schön jetzt nur Frost ich glaub die ist auch drin im Raum ich glaub die ist da hinter ja da geradezu es hat ach warte ich sterbe da nicht hat sie ach ich wollte sie wir alle wie blöde draufballern ich wollte sie ich wollte sie ich wollte sie ja weil du das auch immer machst und ich wollte mal sehen wie du das das ist wie du dich anfühlt nee Daniel macht das immer du machst das auch Daniel macht das immer du machst das auch du machst das auch nein auch ich stand still und hab den Kopf erst getroffen auch nein doch nein nein doch doch oh yeah oh yeah oh hey oh no oh 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 du hast echt nicht mehr gewechselt du musst doch schon längst durch sein mit den fünf Runden du musst doch schon längst durch sein mit den fünf Runden gibt ja noch zehn Runden hier was aber was hier geht der ist mit was durchgewechselt du mit ich will doch doch nicht mehr das ist jetzt die erste Runde wo du doch wieder gespielst weil ich den gerade ausgewählt hatte ich treu achso ja ok gut fuck him haha ok naja du hast dich denn auch noch doch noch das echte da hab ich auch mir ging die IQ bei Erlebnis und so ich hab sie gekillt sie hat mich verletzt ich ging mich wieder zurück doch ist auch echt gut geworden das war in der letzten Sekunden ja doch nutzt Koopa aber nicht als Teamplayer ey so wie Sub und ich das mal gemacht haben mit den beiden Franzosen die Linkner haben den Mio Gefahr gut verletzt weißt du noch Sub boah wie uncasual wie wir die gecarried haben in den Ranked Games ja der doppelten Franzosen Power uncasual wie wir gebrüht haben in Ranked am Ranked pfff ja das war da der auch gerade so what ja ich bin Dani verspray mich nie ja natürlich Dani ist ein Gott der Sprache ja ich auf jeden Fall bist der Versprecherer Nummer 1 ja dann wars schon ja siehste du musst ja direkt ein Beispiel geben oh hier oben ist jetzt ein Schild rein gekommen Fuse ist hier Fuse ist drin Fenster geht schon wieder auf ganz oben schon drin ja Fuse ist ganz oben Fuse mit Schild by the way mhm netter Versuch du Hure fang dann fang dann die haben ja wieder von außen an der kleinen Tür von außen rein hier sind mehrere Fuse rennt mir hinterher ok naja ich versuch dir zu Hilfe zu kommen jung da brauchst du nicht die haben jetzt oben übernommen können sein dass sie jetzt von oben rein fusen da sind mehrere die Valkyrie an der kleinen Tür ist kaputt gegangen können sein dass da einer ist oh da ist die Tür auf ja draußen ist hier draußen wartet noch einer what the fuck kleine ich sag doch da sind mehrere Gruppen die Tür ist auf ne 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 das war Bullshit das war 100% Bullshit ganz oben sind die ich geh wieder zurück wenn ich sterbe von da kannst du ich geh wieder zurück wenn ich sterbe von da kannst du Sledge ist tot da war ne Drohne oben ist einer dran da sind Fuse und IQ oben aber ich glaub noch mehr ich wurde entdeckt haben die schon rein gefust? nein guck hast du die Kameras? irgendwo ist hier ne Drohne da hab ich schon ein paar mal geguckt ist aber nix ne können sie nicht stimmt ich hab ja Reinforced hm ich kenn gar nicht viel ist der Boden Fetcher ist an der Stelle aber ich werde nur entdecken wenn ich davon stehe Fetcher ist tot danke für den Ping bitte ist glaube ich aber noch einer da ist glaube ich noch einer ja IQ und Q sind dann beide nach oben aber können ja auch sein dass sie von der anderen Seite runter rein Buck ist auch wieder irgendwo ja der ist bei mir immer wieder mal an dem Fenster bei mir wo wäre ich denn? wo wäre ich denn? ich habe den hart angeschossen der ist der ist hier am Ping am Fenster lungert der rum der hat aber schon ein paar von mir gefressen paar Kugeln warte mal ich probier mal was oh Daniel ja das wollte Yorker probieren von der anderen Seite der wollte grad die Leiter hochklettern ich werde entdeckt oben ist noch IQ und wieder zu machen die rennt immer nach oben wo ist die scheiß Drohne? die ist am Arsch die Tür wieder zugemacht Bernie oh Daniel oh Daniel alles gut ich mach nur ein bisschen Panik alles gut ja wo sind die Drohnen? nicht gut ich sehe sie auch nicht guck mal du die Cam an der Leiter weißt du was ich meine? falls die die Lücke runter droppen ich guck mal die andere Seite die ist ah hier habsa endlich hat die Drohne ich hab grad schon gedacht das ist die IQ gefunden die sind Drohne ja ich werde auch runter geschmissen Daniel ja ich höre an der Luke Hickhooper? oder wo hat die die Drohne untergerufen? nein er ist nur eine Drohne an der Leiter sie ist runter gedroppt sie ist im Stacheldraht sie schaut auf dich sie schaut auf deine Position sie läuft in deine Richtung jung ich hab sie noch bin verletzt egal es bleiben noch ja und Fuse denkt wahrscheinlich die ganze Zeit oben ich versuch da durchzuführen ah der ist hinter mir ne ist er nicht hä? Fuse war die ganze Runde oben WTF die ganze Runde von Anfang an war der oben krabbel krabbel beste Killcam EU-West what the fuck was war mit Fuse los alter die ganze Zeit oben mit dem Schild gewesen der oben wollte der oben irgendwie rein Fuse und hat sich könnte und hat gedacht du musst nichts mehr machen ah die Runde gehört dir du hast noch geholt jetzt damit what the fuck einfach nur naja liebe Leute dann bedanken wir uns fürs zuschauen bis zum nächsten mal haut rein und ciao 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 Vielen Dank.